Er gehört zu den modernsten Kampfhubschraubern der Welt, der Tiger. Zur Besatzung gehören zwei Personen, ein Pilot und ein Schütze. Der Tiger ist am Rumpf rund 14 Meter lang, mit Mast 5,2 Meter hoch und hat einen Rotordurchmesser von 13 Metern. Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 290 Stundenkilometer. Er bekämpft feindliche Luft- und Bodenziele, unterstützt eigene Kräfte und besitzt die Fähigkeit zur Aufklärung. Zu seinen Waffen gehören unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerabwehrflugkörper oder schwere Maschinengewehre. Der Tiger ist sowohl Nachtflug als auch Nachtkampffähig. Er verfügt über ein Osiris-Mastvisier zum Aufklären. Vorteil? Der Tiger kann vollständig in Deckung bleiben, während er seine Ziele sucht und beobachtet. Die Bundeswehr hat den Tiger bis 2014 in Afghanistan eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017